Einige von euch warten schon sehnsüchtig auf ihr magisches Tier. Lust mitzukommen? Eure Geduld soll heute belohnt werden. Cool. Haha, ein Pinguin. Check, Yuri is in the house. Hey, jetzt kommt die. Und du bist also scharf auf die Rothaarige. Ich bin nicht scharf auf sie, ich find sie nur einfach. Haida, du bist cool. Die Blondin, da musst du dranbleiben, die steht auf dich. Wer ist dafür, dass Jo den Räuberhauptmann spielt? Das wird toll, du wirst schon sehen. Warum lässt Annalena sich das gefallen? Du hast eine tolle Stimme, Prinzessin. Wer bitte ist das? Das ist Kaspar, ein magisches Tier. Oh wow, das ist toll. Ach und wann hattest du vor, uns davon zu erzählen? Niemand interessiert sich für deine tolle Stimme. Oh wow, kann mich irgendjemand hören? Durch das Chaos und den Lärm. Verdammt, ich fühl mich so alleine. Oh wow. Man darf sich im Leben nicht immer unsichtbar machen. Ich weiß, wovon ich rede. Manchmal muss man auch in allen Farben leuchten. Oh wow. Diesen Herbst geht es endlich weiter. Von Ratschek. Wo kommen diese Löcher her? Sieht doch so aus, als ob da einer was sucht. Hast du irgendwas damit zu tun? Die tierischste Schublicht der Welt. Ich habe das Gefühl, mein Auftritt ist nicht mehr fern. Die tierischste Schublicht der Welt. Du sagst keinen Ton. Keinen Ton. Die tierischste Schublicht der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020